ja und es ist mal wieder soweit diesmal ein kleines video mal kein live stream aber von survive the killer denn ich hab dir hier ein zwei berichte zu geben denn ich sehe gerade ich spiele spieler mal so ganz gerne und es gab so ein neues update da steht drauf neues killer mini setting mini fünf killers neu knifze keine ahnung new code ich würde mal sagen ich starte das einfach mal und schauen wir das so an was da so neues gibt da bin ich doch wirklich mal sehr gespannt d1 will ich nicht was ist das jetzt ich bin gerade im fall in ein spiel reingespawnt was für ein zufall wie sagen wir hier erstmal oha nein und ich lieg flach verdammt will ich ihn eigentlich retten dankeschön ah ich lieg auch schon wieder brutal heftig hallo ich bin gleich tot hallo verdammt ich bleibe auch noch stecken hier das war schon ich bin gestorben so dann kann ich mir das menü mal angucken oha coming soon capture 1 ok das ist immer neu coming soon so hier ist weiteres nichts neues immer weg vom bild kollege danke soweit ich es habe denn daraus mache ich nachher gleich dieses thumbnail dieses foto würde ich mal sagen ich mache das so gerne jetzt so mittlerweile so in wie ihr so sieht in roblox mache ich so meine eigene kleine bilder bildchen zusammen so da bin ich doch mal gespannt was die gleich die nächste runde sagt ich kann bloß die vielfalt der killer ist gerade gar nicht sehen hallo barney bist du geriebt hallo barney bist du geriebt oh will ich zugucken ich will nicht zugucken man also hier wird auch mal das was kommen eine mission oder so sehr gut aufgebaut also die arbeiten echt an dieses spiel wie soll ich sagen ganz gut hier ist wieder roblox fresse alle die das jetzt noch nicht wussten diesen gesicht das sie aufhaben da sage ich jetzt nur so wenn man nebenbei das ist jetzt tatsächlich so die wollen wohl eine roblox konsole erstellen die genauso aussieht ich habe schon ein foto gesehen ihr solltet mal ähm ähm nachgucken die heißt ähm die roblox oder roblox kann auch roblox heißen die roblox waren nicht ganz blox guck mal danach da seht ihr auch neue also schon bilder wie die so aussehen die wird genau so aussehen da heißt sie doch roblox da steht sogar drauf ich dachte immer da steht drauf roblox aber ja finde ich schon ganz nett solche idee alleine schon wer weiß was die konsole so beinhaltet selbst hier stehe ich noch oben relativ oben also ganz gut mit drinnen außer natürlich in diesem profi abteil nicht da bin ich natürlich der loser so sag mal können wir auch mal weitermachen hier weiner ist entkommen toll ah ah wer weiß was das hier noch alles bewirkt beinhaltet ich hoffe jetzt ganz stark ich bin der killer damit ich ähm ja damit ich auch zeigen kann wie viele killer da sind aber die wahrscheinlichkeit ist bestimmt auch nicht gerade sehr hoch dass ich jetzt gerade der killer bin ich laufe hier mal ein bisschen im kreis ich laufe hier mal ein bisschen im kreis verdammt ist meine kniescheibe kaputt oh 24 ist level sehr gut mädchen da hinten sehr gut guck mal ich bin ja auch bald ein level up immer ein bisschen fleißiger bin so los geht es es wird gewählt und ja ja nein Jeff's the killer und doch die erste Münze nehmen gucken ob wir das noch überleben Hi ich stehe aber nicht so dumm rum sonst bist du gleich tot verdammte kacke das glaub ich jetzt aber nicht ne voll da gleich hingespawnt rysout hilf me hilf me hilf me hilf zu mir washüber verwirkative Ja, ja, ja. Kommt da oben hoch. Nein! Aua! Ich wollte doch nur gerade helfen. Er taucht schon wieder so einfach auf. Nein! Scheiße! Der ist gut. Halt durch. Ich rette dich, wenn ich aufstehe. Es müsste sonst Schub geben beim Krabbeln. Oh nein, der ist tot. Oder man müsste noch eine Möglichkeit kriegen, mit dem Herz noch mal Energie zu sammeln. So, wenn man jetzt so hat, dass man noch mal irgendwie aufwerden kann. Und damit bin ich auch tot. Hi, Großer. Da, Robox-Fresse. Das ist aber ein Polizist, wa? Hä? 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 Ich rede mit dir. Ich hab keine Angst vor Bullen. Oder ist das kein Zeichen vom Polizist? Hä? 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 Die kenne ich aber auch schon. Mit Papierhut, Maske. sehr interessant. Hingefallen. Hingefallen. Geht ja immer so anders. Sie hat ja einen ganz anderen, oh, sorry, meine Kaffeemaschine, wie immer. So, wo war ich? Ja, GameFuck hat ja immer so einen anderen Laufstil. Ich seh den Laufstil so selten, ich frage mich, wie man den umschalten kann. Müsste ich auch noch mal ausprobieren, mal, dass ich auch mal so einen anderen Laufstil habe. Oder gibt es nur die zwei? Wenn ich zugucken. Na, bist du entkommen oder tot? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ein Hase mit einer roten Nase, also komm schon. Oha, der hat ordentlich zugelegt. Obwohl, ich weiß gar nicht, hä? Was waren denn die Halbkreise? So, noch eine Runde. Und starte. Ne, 20 Sekunden noch. Und Energie. Und gib Hacke. Gummi. Gib Gummi. Oder mach gar nichts. Auch gut. La, 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 la. Und wir springen und... Wo ist der Keller? Wo ist der Keller? Ich verheiß es gut. So. Ich glaube, Happy Nachbarschaft geht auch. So. Oha, weniger Leute drinne. Also ich bin anscheinend wieder nicht mehr Killer. Toll. Danke. Und wir haben den Chucky. Ich weiß, die Leute gucken natürlich das Video jetzt auch nicht an. Aber nochmal für euch. 1, 2, 3 neue Karten wären schon ganz akzeptabel. Ich muss hier mal hin. Ein paar Leute retten. Ich hab da richtig auf die Fresse gekriegt hier. Na? Hab ich dich gerettet? Und jetzt haben wir den Salat, ne? Und mich rettet wieder keiner. Mich rettet keiner. Wie immer, es ist so. Und damit bin ich auch tot. So. Natürlich haben wir jetzt nicht sehr viel über das Update erfahren. Nur ich hab euch den Text auch gelesen. Und dass die Map auch ein bisschen anders aussieht. Ja, dann werde ich mal damit auch dieses kleine Video beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr Lust habt und euch das Video doch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Zur Not bin ich auch mit den Abonnenten nicht abgeneigt. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, nur wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer über neue Videos, wie zum Beispiel Survive the Killer, was vielleicht demnächst auch mal wieder aus dem Livestream rauskommen tut. Da könnt ihr auch wieder live dabei sein. Auch mal, wie ich spiele, wie ihr euch auch selber seht. Ja. Im 10 Sinne, sag ich dir mal, immer dran denken, wir sind nicht fix. Nein. Wir sind die Foxys. Und 1, 2, 3, Game Over.